Also, Mini-Boss-Time. Also, nicht jetzt direkt hier, ne, aber... Alsbald möchte ich das mal nennen. Ach, da oben. Erstmal die Tür finden, ne? Was ist das denn? Es gibt 100 live, einfach so? Stark! Ne, die möchte ich jetzt doch nicht plündern. Oh, das wird auch zweimal abgefeuert, das gefällt mir. Das gefällt mir gut. Ja, Swift-Bow, mhm. Das nehm ich jetzt aber. Kriegen weniger Hoffnung. Aber wir machen deutlich mehr Schaden. Ich mach auch mal den Wishing-Bell auf. Was gibt's im Wunschbrunnen? Toss in Coins. Okay. 15 und wir kriegen was. Geht das nur einmal? Sieht so aus. Okay, schön, dass wir genau das gefunden haben. Welch Zufall. Gottesdruck. The Crusader. Harvest Tears. Okay. Was erzählst du mir so? Sie ist, äh, weg. Es war alles für nichts. Alles umsonst. Mhm. Tränen ernten. Auch 30 Hoffnung gab das. Uiuh. Stark. Hm. Hm. Das Rattennest. Oh, ja. Ja. Also, wir müssen einfach nur entkommen. Und eventuell ein paar Items einsammeln unterwegs, ne. Schade, dass es keine Erfahrungspunke gibt oder so. Oh, Fionas Tagebuch, nehm ich. Mal gucken, was sie über Shrek so schreibt. Was macht das mal Rakt? Nehm ich. Okay. Was macht das mal Rakt? 20 Prozent. Das ist Potion Traction. Live. Heel Effect. Moonstrike. Komm, dann holt das hier rein. So, was jetzt mehr Schaden würden die da nehmen? Okay. Hm. Astrid's, äh, Nachtgesang. Pro Level 1, Hope mehr. Uff. Na, weiß ja nicht. It's a nice chunk of health. Ups. Anstelle von Power Gain. Anstelle von Power Gain. Das mit dem Power, weiß ich sowieso nicht so ganz genau, was die von mir wollen, aber... Okay, Ronin und Rogue. Rorke. Rorke. Völlig daneben gejallert. Also, Rorke ist schon fast, äh, im Eimer. Wir sind full live. Ja, das ist stark. Ja, das läuft deutlich besser. Ja, warum hatten wir da vorher solche Probleme? Ah, come on! What the fuck? Warte, was ist da vorher so sprich dran? Ja, gut, wir hatten nur ein Drittel an live, ne? Okay. Dash plus 200? Now you dash with all your attacks. Bitteres. Das gefällt mir absolut nicht. Schön, dass das, äh, dass wir das geholt haben, aber... Nope. Nope. In jeder Ecke was versteckt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ich finde, am Anfang wirkt das Spiel so ein bisschen, ähm, naja, ich will nicht sagen, deprimierend. Weil du einfach nicht an die Kristalle so rankommst, wie du möchtest, aber... Sollen wir den auch aufmachen oder, oder sollen wir dich... Nein? Ich würde fast sagen, wir werden darauf hinarbeiten, auf 32 zu kommen. Oder sollen wir... Hier irgendwas anlocken. Die Tür, was würde die denn... Ah, komm. Das sieht mir aus wie so ein Holzfäller. Was ist das denn jetzt schon wieder? Da ist nochmal ein Stash. Ist das die Forge? Ach, hier kannst du die Items upgraden. Aha! Aha! Okay. Was würde das denn... ...bringen? Wenn ich hier... ...ein Ember reinsetze. Das würde den Damage von 20 auf 30 erhöhen. Aha! Was wäre das hier? Oh, da ist einfach nur die Pierce Chance größer. Hm. Was würde sich hier verbessern? Fragezeichen! Oh! Jetzt hat er es, ne? Gerade wusste ich es noch nicht so ganz. Und das geht auch dann nur mit... ...warte mal, das ist doch ein... Ah! Da hast du jetzt den zweiten Part davon reforged. Und das geht jetzt nicht mehr, ne? Weil da schon beides auf Stufe 1 erhöht ist. Ah! Oh! Wo ist meine Lechabber denn hin? Bitte was? Warum liegt die da oben? Was war das denn? Kann ich das nochmal machen? Nein. Okay. Das wären dann 20 und 7. 20 Hopgain. Warum nicht? Und die werde ich jetzt auch mal aufwerten. Das ist... Warum nicht? Aber den Rest ist jetzt nicht wirklich, ne? Hallöchen! Oh, das Ding haben wir auch nie benutzt. Okay, packen wir in die Sache wieder zurück. Kann ich das hier nicht auch nochmal aufwerten? Nein, nicht ehrlich. Brauchst du Hilfe? Nein? Ja? Gut. Dachte, du wärst meine Frau so vandaliert. Okay. Der mit verkaufte 27, das ist stark. Ich... Äh... Ja, die ganzen Teile packen wir weg. Die Schuhe... Speedmodifier brauchen wir nicht. Hm. Nee, passt. Wir hätten jetzt noch 6 Kristalle. Oh. Da unten heult jemand. Dafür bräuchten wir aber 8. Nee, den nehm ich jetzt mal mit. Und wir gehen ins nächste Level. Plopp. Alle Draugatöne. Klar. Oh, sehen die cool aus. Oh. Krass. Die haben einen interessanten Angriff. Erstens, äh... Verfolgt er einen. Zweitens... Packt sich der noch auf dem... äh... Boden hin. Was macht ihr? 20 Health, 20 Poise. Äh... Koffers. Help yourself to the coins. Rob coins. Bitte. Nimm es nicht. Es ist alles, was ich hab. Okay. Wir machen das nicht. Vielleicht kriegen die da nochmal mehr Hoffnung oder sowas? Nein. Encampment. Also es gibt echt viele Teile. Survived the skull breakers assault. Gucken wir mal, dass wir... ...vor den Schädelbrechern... ...unseren Schädel jetzt nicht unbedingt knappen lassen. Leichter gesagt als getan. Alter. Ja, okay. Also die hauen... ...schon ein bisschen heftiger zu. Alter. Ja, okay. Also die hauen... ...schon ein bisschen heftiger zu. Oder... Ja, jetzt ist es ein bisschen 16. Nice. Hatten wir aber Glück, dass wir direkt den... ...ähm... ...den Schlüssel hier rausgezogen haben. Denn das gibt ja nochmal... ...mehr als 30 jetzt, oder? Ja, 47. 40. Weil wir ja die 30% extra... ...Hope haben. Ähm... ...Encampment. Ach, crap. Ich wollte gerade sagen, was... ...was war da vorhin? ...ne... 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 ...harte Gegner. ...Focus in Bracelet macht... ...Arc-Segment minus 14. Ähm... ...bitte was? ... ...das kommt hier hin? Ne, lass mal. Äh, komm, geh mal zum Feuerschrein. Das hört sich äh... ...heiß an. Confirm with the Flamesieker. Hm, ja... Ich kann es in dir spüren. Ein Verlangen nach etwas... ...Heiligem und Schönen. Du suchst Ember. So wie ich. Oder Glut. Ah, okay. Es wird gesagt, dass sie... ...unvoll... ...endet? Nein, ähm... ...ah... ...unf... Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ich weiß, was es ist, ne? ...wenn etwas nicht, äh... ...erfüllt ist. Oder... ...irr erfüllt. Boah. Scheiße, ey. Unerfüllte... ...ähm... ...Leidenschaften von denen sind... ...die gestorben sind. Ähm... ...die stärker diese Leidenschaft, umso stärker... ...ähm... ...brennt die Glut. ...und... ...mhm... Nimm den... ...Schwur meines... ...meines Ordens. Okay. Okay. You're more likely to... ...to find embers. Okay. Äh, wir entscheuen mal... ...das Feuer. Gehen von... ...256... ...auf... ...262... ...dafür müssen wir... ...zwölf zahlen. Haben wir nicht. Ja, bitte die Slums. War ein paar... ...arme Seelen verkloppen. Na, wobei die hier... ...schon was aushalten. Also, da ist nicht mehr so mit... ...äh, einmal draufhauen... ...äh, tot. So wird es nicht bei jedem, ne? ...und... ...duh... ...stark, äh... ...gekritet. Noch 10... Ah, bei denen musst du echt später dodgen. Das ist krass. Jetzt dachte ich gerade, dass einer hinter mir gespawnt und hätte mich abgeschnetzelt. Noch später. Früher. Die sind hart. Den kannst du nicht so leicht ausweichen. Was bist du? Zehn Defense. So, schauen wir, wie viel wir mit 100 Hoffnung kriegen. Da kriegst du zwölf? Vielleicht hast du extra Belohnung, dass du das komplett gemeistert hast. Was? 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 20 Hopp ab. Anverkaufen. So, was hast du? Das haben wir schon mal gesehen. Good defense, but nothing else. Ja, komm, ab ins nächste Level. Ich möchte den Schmied erhöhen und ich will wissen, was dann passiert. Ob der dann mehr als nur Schuhe und Handschuhe zusammenbasteln kann und vielleicht sogar auch Rüstungen und solche Sachen. Traugere Magis. Oh crap. Ich hasse diese Kackvögel. Aber mitten hier ins Feuer getappt, ne? Alter. Katastrophal. Ich merke so langsam, dass die Gegner wirklich heftig zulegen. Ah, es ist... Ah, ne normale. Schade. Aus dem haben wir nämlich mal so ein richtig krasses Item rausgezogen, ne? Oh, der ist Gold. Was heißt das? Einfach nur extrem krass, oder... Hat es aber nicht irgendwie... ...was heftiges für uns fallen lassen, ne? Vielleicht jetzt am Ende? Nein? Nichts zum Looten? Okay. Schauen wir was das hier ist. Fools Found. Spend your health on items of increasing variety. Okay. Ein common item für 68 life. Uncoming für 135. Rare für 269. Äh... Warte. Was machst du? Oh, Health Steal für 10 Sekunden. Gut, dass ich das alles komplett verschwendet habe gerade. Dominarium. Was ist das? Trauger Kommandanten zerstören. Okay. Wir haben aber, äh, die Health Portion doch noch lange gehabt, ne? Also diese... Also diese... Nennen wir es einfach mal aus Einfachheitsgründen Vampire Potion. Moment. Attacks plus 26? 6? Okay, da ist die Katzenrunde. Power Gain. Okay, nein. Help yourself to the coins. Okay, pass auf. Wir rauben es trotzdem. Und was sagst du jetzt? Du bist einfach nur ein weiteres Monster. Äh... Ja, heute schon. Nach Encampment war wieder... Ja komm, machen wir das mit den... Mit den Monsterwellen. Ah. Ja, den Ausweichen, äh... Manchmal funktioniert es aber auch nicht oft. Da habe ich gleich von beiden auf den Sack gekriegt. Wie soll der nach oben geballert? Ich habe noch... Nein, nein. Ach, weil ich nach oben gelaufen bin und den rechten Stick nicht in der... Okay. Okay, okay, okay. Tag Tempel. Das gab es aber schon... ...ordentlich, ne? Vielleicht auch je nachdem welches Level du hast, umso... ...mehr äh... ...Kristalle kriegst du halt raus. Ich werde jetzt über die Szener gehen. Okay. Weg, weg, weg. Weg, weg. Nächstes Level. Ohne... ...großartig zu... ...zu kicken. Ooo... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.